Herr Dr. Arman Jentz, wir haben es schon angekündigt, wenn Nachtschweiß den Schlaf stört. Da gibt es, glaube ich, verschiedene oder unterschiedliche Probleme oder Problemsituationen, die eben zu diesem Nachtschweiß führen. Da steht unter anderem auch, dass es mit der Psyche zu tun hat. Sie werden uns das Ganze jetzt dann erklären. Ja, viele Menschen sind eigentlich davon betroffen. Es ist eine unangenehme Situation, wenn man also in der Nacht so richtig schwitzt. Können Sie uns mehr darüber sagen? Die Menschen reden eigentlich nicht so gerne über dieses Thema, die Betroffenen. Aber es scheint also wirklich weit verbreitet zu sein. Und das übermäßige Schwitzen in der Nacht ist ja generell ein Symptom. Und bekanntlich hinter jedem Symptom steckt eine oder mehrere Ursachen. Es geht natürlich hier auch um das vegetative Nervensystem, das wesentlich daran beteiligt ist, dass es zu einer übermäßigen Schweißabsonderung kommt. Und dieses vegetative Nervensystem wird natürlich sehr von unserer Psyche beeinflusst. Und deshalb, wie ich immer wieder sage, hat natürlich der Tag auch sehr viel mit der Nacht und mit dem Schlaf zu tun. Was ist aus Ihrer Sicht die häufigste Ursache? Also die Ursachen können, wie gesagt, vielfältig sein. Es können schwerwiegendere gesundheitliche Probleme dahinter stecken, beispielsweise eine Nervenerkrankung. Es gibt krankhafte Gründe und deshalb ist es immer wichtig, wenn man ein solches Symptom hat, das ärztlich abklären zu lassen. Also man ist immer gut beraten, solche Probleme rasch auch mit einem Arzt zu besprechen. Weil eben einerseits könnte etwas Ernsteres dahinter stecken. Und andererseits ist es wichtig, wenn man dann sozusagen Maßnahmen trifft, dass man weiß, okay, das ist jetzt wirklich nur eine Sache, die im Grunde genommen mit Regulation, mit Nervensystem zusammenhängt und keine organischen Ursachen hat. Kann also eine Erkrankung sein. Was ist das wirkliche Problem, wenn man in der Nacht so stark schwitzt? Ja, also wir haben das auch schon des Öfteren besprochen. Der größte Feind des Schlafes ist der Stress und die seelische Erschöpfung, aber auch emotionale negative Zustände, Angstzustände, Panikattacken, die uns am Tag beschäftigen, können natürlich dann auch in der Nacht sozusagen weiter wirken und zu einer erhöhten Schweißabsonderung führen. Wir wissen ja aus der Erfahrung heraus, wenn wir Angst haben oder ängstlich sind, dann schwitzen wir sofort. Das heißt also, das vegetative Nervensystem reagiert natürlich auf die Emotionen, die wir in unserem Körper haben. Es werden entsprechende Anspannungen in der Muskulatur spürbar. Es werden Stresshormone ausgeschüttet. Also da passieren natürlich sehr viele Dinge in unserem Organismus, die dann letztendlich auch dazu führen, dass wir übermäßig schwitzen. Jetzt ist ein Problem gelöst, wenn der Arzt sagt, ja, es ist nicht das Problem. Also wenn die Diagnose in diesem Fall gut ausfällt, wenn man meint, man ist krank oder hat irgendeine Erkrankung. Trotzdem ist es wieder negativ, wenn man da trotzdem weiter schwitzt. Wenn man dieses Problem nicht lösen kann, gibt es noch mehrere Möglichkeiten oder Faktoren, die zu einer solchen Nachtschweiß führen quasi? Also das Problem ist eigentlich dann akut, wenn man regelmäßig in der Nacht schwitzt. Das heißt also hin und wieder haben wir natürlich auch solche Phasen, wo wir vielleicht einmal in der Nacht schwitzen oder wenn wir eine Infektion, wenn eine Infektion im Anzug ist und so weiter, dann spüren wir das ja. Und der Schlaf ist natürlich in dem Moment, wenn wir von solchen Schwitzattacken tangiert sind, nicht optimal. Das heißt also ich bin, wenn ich jetzt wirklich stark schwitze, in der Nacht nass, Anführungszeichen, gebadet. Das heißt von der Unterwäsche bis Pyjama bis Kissen und Deckenbezüge ist alles durchgeschwitzt. Das heißt also viele Betroffene müssen dann in der Nacht aufstehen oder müssen sich wieder trockene Kleidung beschaffen, müssen oft einmal das Bett neu beziehen. Manche müssen sogar sich waschen in der Nacht. Also das sind natürlich alles Dinge, die ja für den Schlaf nicht so gut sind. Aber jetzt gibt es natürlich eine relativ einfache Möglichkeit. Es ist quasi Ihr Satz, der auch immer wieder kommt. Man muss gesund schlafen und dazu muss man die Lösung haben und das wäre das Schlafgesundtrio. Das ist der Schlafplatz. Das ist der Schlafraum und das Schlafsystem. Genau, also das sind die elementaren Voraussetzungen. Dann gibt es noch ein paar Variable, auf die wir selber einen Einfluss haben und die auch zu Nachtschweiß führen können. Zum Beispiel schwerverdauliches Abendessen. Das ist auch etwas, was manche schon gespürt haben, die jetzt nicht chronisch schwitzen. Dass zum Beispiel scharf gewürzte Speisen in der Nacht zu überhöhtem Nachtschweiß führen können. Aber man weiß natürlich auch aus der Praxis, dass bestimmte Medikamente zu einem übermäßigen Schwitzen führen können. Da geht es vor allem um Medikamente, die das Nervensystem beeinflussen. Menschen, die also gegen Depressionen Medikamente einnehmen. Da können solche Nebenwirkungen auftreten und wenn man regelmäßig Medikamente nimmt und vielleicht auch noch mehrere Medikamente nimmt und Nachtschweiß hat, dann ist es sinnvoll, sich mit Arzt oder Apotheker in dieser Richtung zu unterhalten. Hier steht da noch der Elektrosmog zum Beispiel oder geobiologische Einflüsse. Kann das auch sein? Genau. Also die Standorteinflüsse, die wir ja auch immer wieder besprechen. Das heißt also alles, was in der Nacht unseren Organismus stören kann, das sind also beispielsweise eben fremde technische elektromagnetische Felder im Niederfrequenz- und Hochfrequenzbereich. Das können auch geobiologische Standorteinflüsse sein, also diese berühmten Wasserradern und Erdstrahlen, wie das im Volksmund genannt wird. Und da geht es dann schlussendlich eben auch um die Verzerrung des natürlichen Erdmagnetfeldes. Da haben wir auch schon Beiträge dazu gemacht, dass das natürliche Erdmagnetfeld ganz wichtig ist für einen guten Schlaf. Es sollte unverzerrt sein und alle diese Dinge können wir natürlich über eine Schlafplatzoptimierung sehr rasch in den Griff bekommen. Ja, jetzt wenn wir zusammenfassen oder kurz zusammenfassen. Einmal, man könnte zum Arzt gehen, um grundsätzlich zu oder untersuchen zu lassen, ob es nicht organischer Natur ist. Man kann auf der anderen Seite den Schlafplatz optimieren, wenn man da noch das Problem hat, also mit dem Schlaftrio zum Beispiel. Man kann auf die Ernährung achten, dass man nicht zu üppig ist, bevor man schlafen geht. Gibt es sonst noch etwas, was man tun kann? Ja, also wenn es um das Schwitzen geht, ist jedem auch klar, geht es auch um das Bettklima und um das Raumklima. Das heißt also, die Raumtemperatur und die Raumfeuchtigkeit haben logischerweise einen Einfluss, ob wir schwitzen oder nicht schwitzen. Das heißt, da hat das dann sozusagen physikalische Grundlagen und Menschen, die natürlich tendenziell schwitzen und die das wissen, für die sind natürlich die Bettmaterialien ganz wichtig. Und da sagt uns auch der Hausverstand, dass synthetische Materialien, die oft nicht in der Lage sind, viel Feuchtigkeit aufzunehmen oder eben auch Daunen und Federn, wie wir schon öfters besprochen haben, die sind gute Wärmeisolatoren, aber können wenig Feuchtigkeit aufnehmen. Für Leute, die viel schwitzen, sind diese Materialien nicht geeignet. Die sollten also eher in Richtung biologisch aktiver Schafschurwolle gehen. Die Schafschurwolle bindet ein Drittel ihres Gewichtes in Form von Feuchtigkeit, ohne dass sie sich feucht anfühlt. Das hängt mit der Struktur der Faser zusammen und deshalb natürlich die richtige Zudecke, das richtige Unterbett, das richtige Kissen ist für Menschen, die tendenziell in der Nacht schwitzen, ganz wichtig. Viele unserer User hören vielleicht uns gerne zu, über einen Zeitraum ab und zu denken, jetzt habe ich genug gehört. Können Sie das auch irgendwo nachlesen? Ja, natürlich. Alle diese Dinge sind auf unserem Portal einfach gesund schlafen vielfältig nachlesbar. Es sind auch sehr viele Videos in der Zwischenzeit online. Das heißt, man kann sich zu den verschiedensten Themen informieren. Und die Information ist nach wie vor ganz wichtig, um eben für sich Strategien entwickeln zu können. Aber das Entscheidende ist, wie oft im Leben die Umsetzung. Das heißt also, solange alles Theorie bleibt und die Menschen das Gefühl haben, das ist interessant, aber nichts machen, wird sich natürlich auch an der Situation nichts verändern. Ich glaube, es ist zu diesem Thema einiges gesagt worden. Genau. Also der gesunde Lebensstil vielleicht noch am Schluss. Wir wissen Menschen, die sehr im Stress sind, neigen eher dazu. Mehr Kaffee, mehr Nikotin, mehr Alkohol. Das sind natürlich dann auch Dinge, die sowohl den Schlaf stören und es gibt natürlich auch Schlafstörungen, die möchte ich nicht unerwähnt lassen, die eben auch zu einem erhöhten Nachtschweiß führen können. Da sind wir beispielsweise wieder beim Schlafapnoe-Syndrom. Das heißt also, wenn wir während der Nacht diese Atemaussetzer haben, also diese obstruktive Schlafapnoe, wo also die Atemwege sich verschließen und unser Organismus und das Gehirn über eine halbe Minute, manchmal eine ganze Minute keinen Sauerstoff bekommt. Das ist purer Stress für den Organismus, stört den Schlaf, führt natürlich auch zu einem überhöhten Schwitzen beim einen oder anderen. Und wie ich schon öfters gesagt habe, das muss in jedem Fall ärztlich abgeklärt werden, weil das ist in Richtung Gesundheit problematisch, aber es ist natürlich auch in Richtung Gesundheitsgefährdung mit Bluthochdruck, Herzinfarktrisiko und vielem anderen verbunden. Danke für die Informationen. Gerne. Bitte. Danke. 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 Danke.